Wenn ihr eure Druckereinstellungen überarbeiten wollt, müsst ihr auf euer Profil zugreifen. Das geht ja einfach, indem ihr hier oben drauf drückt und dann könnt ihr hier die Sachen, wie ihr denkt, ändern. Vielleicht denkt sich der ein oder andere jetzt schon, Mensch, der hat ja deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten als ich das habe. Wie kriege ich die denn hin? Das geht auch wieder ganz einfach. Wir gehen über den Tab Preferences, Configure Core, einfach dann wieder in dieses Einstellungsmenü und dann können wir bei Settings reingehen und hier gibt es die Settings Visibility, also die Sichtbarkeit der Option. Und überall, wo ein Häkchen drin ist, bekommt ihr das angezeigt. Ihr könnt euch hier nach einer bestimmten Einstellung suchen. Ihr könnt euch was vorgeben lassen, Basis, Fortgeschritten, Experte oder alle. Das macht schon viel. Ich habe halt dann so die, die ich öfter brauche oder die, wo ich dran rumstellen will, eingeschaltet. Das könnt ihr für euch durchgehen oder ihr nutzt so eine Voreinstellung hier. Und dann habt ihr natürlich deutlich mehr Optionen zur Auswahl und könnt darin euer Profil optimieren. Das war es mit diesem Quick-Tipp nenne ich es mal und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Cura-Video wieder.